Warum auch? Äh, nee. Äh, nee. Du-du-du-du-du. Au. Hatte wohl noch einen Schuss. So, mal schauen. Rein sitzt ich noch. Und zwar da das Geschütz. Ist auch besser so. Das muss da echt, äh, und so. Das weiß man ja. Und hier ist frei, wie ich das jetzt sehe. Da auch. Jetzt müssen wir wieder eine Runde ins Wasser wieder. Ein bisschen baden. Und da ist doch schon wieder so einer, der ziemlich verrückt ist. Der war es nicht. Egal. Er hat trotzdem Scheiße gebaut, so. So, jetzt mal wieder hier. Ach du Scheiße, hätte ich das lieber mir aufsparen sollen. Äh, nicht gute Idee, nicht gute Idee. Ja, natürlich, es explodiert alles. Ich werde von 5000 Seiten angegriffen. Mal schauen, wie lange wir jetzt hierfür brauchen. Auf jeden Fall müssen wir gleich wieder das Geschütz markieren. Und jetzt? Gut. Wir müssen kurz nachladen. Wobei ich das Problem sehe, dass ich gleich wieder keine Muni habe. Also, jetzt haben wir erstmal die hier. Delta 5 war ein Delta 6. Und du stirbst jetzt. Ja, das. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Ist mir auch relativ dynamisch egal, weil du hast mir angeknallt. Und jetzt. Oh, da hätte ich fast schon wieder den. Der Dings überfahren. Äh, so, so, so. Was tun wir denn hier? Was tun wir denn hier? Schön ist die. Okay, Delta 10 sagt, ich hau mal ab hier. Äh, Vorsicht, da kommen sie glaube ich gleich. Ich habe aber jetzt eine geile Idee. Okay, oh, ja. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen. Und nachdem ich mein großes Geschäft erledigt habe, können wir jetzt ja weitermachen mit Call of Duty. Und dann haben wir noch V2 bei die PC-Ausschrauber. Hier auf YouTube. Ich bin noch nicht so bekannt, falls ihr mehr dazu gekommen seid. Nein. Nur mal so. Oh, jetzt kriegen wir hier. Ah, schön. Das habe ich die ganze Zeit verpasst. Jetzt haben wir nämlich 630 Schuss. Das wird 100 Pro bis zum Ende der Mission reichen. Jo, tötet den auf jeden Fall. Das ist ein ganz schlimmer. Habe ich, ja. Na? Na? Naja. So, und dann hier rein. Und dann so. Und dann einfach mal aus dem Hinterhalt. So muss man das nicht machen. Oh. Na, der PC. Hört auch schon etwas älter aus, ne? Ich habe den PC-Aufschrauber. Nein. Nein, bitte. So. Und weiter geht's. Mal mit einem kleinen Nan-Party und Eigenwerbung auf dem eigenen Kanal. Aufschrauben. Erstmal nachladen. Runde hinhocken. Dann hier weiter. Und dann so. Und dann so. Und da kommen wir. So, hör rüber. Äh. Da bin ich hier im Festgang, endlich. Ja, da sollten wir eigentlich mal eine, was weiß ich, einleiten. So. Und mal schauen, was wir hier mal so ausrichten können. Jo. Das war's für euch, ne? Schade. Und jetzt können wir weiter hier. Über die Grenze, oder was? Oder auch immer. Zoll, Maut. Gibt ja sehr viel. Und jetzt haben wir's sogar geschafft. Und hier hatte ich aufgehört aufzunehmen, glaube ich. Diesmal ist mir die Aufnahme auch nicht verschissen. Geil. Gut. Von ganz oben. Wirklich von ganz, ganz oben. Das ist jetzt richtig schwierig hier. Das ist, das sieht man auch schon. Das ist wirklich, ey, das ist Das ist einfach nur noch brutal schwierig. Mal schauen, wie lange ich jetzt das Bock hab, das zu versuchen. Verballern wir erst mal alles. Jetzt werfen wir mal eine Granate. Mal schauen, was es bringt. Und naja, gar keine, glaube ich. Entschuldigung. Oh. Das Ja, dankeschön, dass du mich überfährst. Hupen wäre eine Alternative. Okay. So. So muss so sein. Und, äh, so und so und so und so. Diesmal wollte man nicht unbedingt da rumhocken, wo alle rumhocken. Um dann wieder überfahren zu werden. Und auch jetzt nochmal eine Splittergranate rein. Ich hab keine Ahnung, warum mir da gerade die Framerate nur auf 40 abbricht. Ah, das ist wieder nochmal, ja, das war wahrscheinlich wieder irgendwelche Windows-Updates, ey. Das regt mich manchmal richtig auf. Also bei meinem alten PC, aber gut. Das ist Geschichte. Und dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel reden. Und steigt wieder ein Auto. Oh, soweit schon geschafft. Na los, na los, na los! Ja, ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Na los, na los. Äh, nö. Oh, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Aber richtig Glück. Dass ich das geschafft habe. Nicht unbedingt all täglich. Schöne das aus. Mit Leichen. Ich kann das nicht mal jetzt bitte, äh, safen, weil ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich gleich wieder sterben werd. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ehrlich. Da dreht mich immer richtig auf, wenn's nicht safet und ich wieder sterbe. Und wie ich wieder von vorne machen muss. Aber gut. Mal schauen. Ich denk mal, die Emotion mach ich noch und dann höre ich auf, das mal wieder auf zu, auf, aufzunehmen. Yo, alle vorwärts. Ach, du Scheiße. Äh, achso, hier sind auch noch welche. So. Hier sind nicht sogar nur, hier sind ein paar, viele. Ich find, ich geh durch die Dirage mit dir hier. Natürlich sollen wir nicht einfach so ohne Zielen machen hier. Den schon. Haben wir jetzt hier alles erledigt? Nee, noch nicht. Oh, oh. Nö, 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 nö. Hier erstmal hinhocken. Okay. Aber erstmal hier so ein bisschen schon mal so ein bisschen Vorteil verschaffen vielleicht. Weiß jetzt nicht. Und jetzt hier und so noch irgendwer auf die Frisse will, du, ja? Ja, willst du auf die Frisse? Und ich will wie so normal auf die Frisse. Hinter der Kommode hier verstecken. Oder Schrank. Tja, schade. Die Vase wird zwar nicht mehr gehen. Äh, Entschuldigung. Wie komm ich hier runter? Ah, eine Treppe. Wollen wir eine Runde hier baden gehen? Ne, doch nicht. Ähm. Ramirez, mit dem Lasermarker Atelier für diese Fahrzeuge anfordern. Okay. Wie mach ich die jetzt kaputt? Sag ich einfach, äh, so. Mal schauen, ob das... So. Jo, so muss das sein. Alle müssen sterben. Ramirez, Atelier für die freislichen Fahrzeuge anfordern. Gut. Keine Ahnung. Äh. Und weg hier. Nein. Nein. Nein, warum? Warum? Hamilton, warum? Ja, das werden wir uns jetzt nochmal anschauen. Jo, feuert mal. Ich, äh, warte hier. Gut. Objektiv complete. Und jetzt da hin. Gehen Sie zur Brokeman Road 46 77. Da kommen wir nicht lang. Da müssen wir wohl hier irgendwo mal hier. Komm mal nicht lang, ne. Äh, hier. Ja, wie komm ich da jetzt hin? Muss ich wohl nochmal da hinten lang und so. Mal schauen. Okay, ich fang an zu reden. Jo. Oh ja, verstanden. Und da ist ein Flugzeug überhaupt gestürzt. Oh ja. Das ist wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar zu sein. Achso. Und so. Oh ja. Hm. Ja, hier scheint schon ein Absturz passiert zu sein, wa? Warum auch immer. Game saved. Immerhin. Und jetzt da rein. Durchs Feuer. Jo. Wollt's dir grad was? Hm, war mal drauf. Oh, was? Ne schöne Cola oder so? Äh, Information aus dem Panikraum. Ja. Wie mach ich das denn jetzt? Hm. Ah. Auf einmal fängt er an zu blinken. Search. Also das ist nicht ihr durchschnittlicher Fallschirmjäger, was? Nö. Machen Sie ein paar Fotos für G2. Irgendwie nicht. Alles schon zerstört, ey. Und ich bin erst am Anfang. Spiels oder naja, so Mitte. Okay, nachdem das jetzt fertig geladen hat, beende ich dann erstmal wieder die Aufnahme. Ränder, lade hoch und so weiter und so fort. Oh, bin ich müde. Jetzt ist Wochenende und jetzt kann ich auspinnen. Auspinnen. Obwohl das wohl. Oh, schlafen, eher gesagt. Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Nein. Äh, lol. Geht's auch mal los hier? Ja, ich mach schon mal Speichern und Ende. Dann werden wir da wieder weitermachen, denk ich mal. Und, jo, und dann sage ich Ciao. Bis zum nächsten Mal.